Ich versuch so schnell es geht auf B hochzufahren, um wieder das Kit zu holen. Alter, ich hab ein GW98, ein Top-Explosion. Problem ist halt nur, die Hitbox von dem Motorrad ist größer als das... Fahr dich geil um, du Hormsöl, verpisse dich mit deinem scheiß Moped. Ich hab für das GW98 einen Kreis bekommen, Alter. Moppet so sehr ohne Witz. Sag das doch schön. Ich sitz mit drin in der Maschine, jetzt geht's los. Ich hasse die Stelle. Ich mach immer wieder dasselbe, jeden Tag für den Motorrad ist zu groß. Mir egal, ich geh da jetzt hoch und fick die ins Knie. Na hoch gehen wir dort alle. Na, mein Team ist einfach zu dummer wieder. Die haben alle Flugzeuge genommen, keiner auf die Idee kommt. Oh, vielleicht spring ich da ab, da gibt's ein gutes Pack. Ne, die fliegen alle durch. Was macht der Fight? Flugzeug, fliegt bei B drüber, bopp, raus. Ja, aber erst wenn die's eingenommen haben, wa? Ja. Deswegen nehmen die das jetzt nicht ein. So einfach das ist. Ich spreng erstmal dieses Scheißding hoch mit meiner Nahkampfmine hier. Der hat zugemacht. Ne, doch nicht. Spring doch hier hoch, du voll Idiot. Kämpter in der Ecke, Alter. Und wir haben Einsatzziel David. Ich jag den Turm gleich hoch. Ein paar, zwei Sekunden bis ich nachgeladen hab. Oh, noch einer. Ich könnte mich hier reinlegen, es ist wie ein Sarg. Befehl angefordert. Oh. Was brauchst du denn? B? Wir wissen ja, wo wir hinhalten wollten. Ja, D. Bleib mal auf B und warte, bis das Ding ist vor. Dann geht's gleich. Wir gehen nach bei B. Okay. Tja, sitzt unser Typ in dem Geschütz drin, ja. Oh, hier läuft direkt einer mit der Schrotflinte auf dem Feld drum. Hauptsache es sind drei Flugzeuge bei uns in der Base. Ich hab nen Bomber, falls jemand backen. Eeeh, ist jemand zufällig grad tot? Ja. Götter. Bitte bei mir als Heckschützeswort. So ne Negerarbeit. Ja, hier war grad kein Flieger hinter mir. Ich hab's. Brauch jetzt Verstärkung von euch. Kötter aus. Heilung, Heilung und Muniz, die Augen bitte. Ja, das wird auch wieder. Du kannst auch als Frontschützer rein. Der schießt auf mich, das ist immer Wahnsinn. Ist jetzt hinter mir. Wo bist denn du jetzt? Du seid bei B hinten, oder was? Ich bin bei B, ja. Aber Heilung würde ich die Priorität zusetzen, weil Munizierung habe ich eigentlich erstmal. Ja, Heilung kann ich leider nicht geben. Ich versuche ein bisschen aufzupassen. Ah, Kreml ist ekelheit heute. Bin ich nicht. Ich weiß es ja nicht. Aber wenn der Günther richtig ausrastet, bin ich nicht gleich da. Komm nicht ran hier, wenn du da rumfährst und fliegt. Der Kegner hat auch so ein Kit, übrigens. Ja, aber die und meins ist besser. Ja, komm. Ich repariere mal kurz mein Auto hier. Ist das ein Tank, oder was? Das ist ungünstig. Ja, aber das ist halt ein... Der Kegner schießt von hinten, ist das ein Flieger? Jo. So. 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 Ja, das muss ich mal machen. Ja, damit man das Ding trifft, das geht auch gar nicht. Alter. Wooh. Genau, das rennt auf einmal halt innerlang dort. So. 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 Hügel oder so. Bisschen Bewegung, plötzlich trifft er nicht mehr. Ey, der trifft. Das nervt. Rogi, dein Kid ist weg. Ich brauche ein neues. Wo bist du? Neben dir. Ist klar, Alter. Fick dich doch. Wenn immer von dir den Hügel runter guckt. Ihr kriegt mich niemals. Ein paar Kinder und ein paar Ziele. Ich will nicht. Also der trifft der Flaggschutz nicht. Hauptsache meine Leiche liegt sonst so. Das Kid ist scheiße, das will ich nicht. Ich habe es aufgenommen, weil ich nachladen wollte. Hauptsache ich nicht da. Press, also hold R to pick up. Und ich drücke einmal. Sonst reicht. So, jetzt mache ich gerne nöger. Ich spore nur bei A, weil bei A irgendwie was los ist. Du kannst auch da noch mein Flugzeug. Ey, okay. Ich muss jetzt A wiederholen. Ist okay, das helft dir. Ich brauche hier mal ein paar Feinde. Dann ist alles klar. Zwerg rennt einfach vor. Immer einer da hinten rumrennt. Wo ist der? Da ist er. Habt er? Ich hab ihn. Nice. Nein, Schimpf! Nein, Schimpf! Hilfe! Wo? Es kommt hier hochgefahren! LOL! Macht mich One-Shot weg, das Ding. Nicht klar! Jetzt habe ich hier unten alle aufgehoben. Jetzt hebt mich der gefälligst auch auf, bitte. Danke. Danke. Yo. Wenn ich mich auf diese Entfernung wirst du mir ziemlich drücken. Gerade noch als Anti-Tanker. Ah, als hier. Sentry Boy. Mit Panzerung und Shit. Aber pfff. Okay. Wait. Stand immer an der Ecke. Fortunate Son. Große. Magnetisch. Wann Kreuzer Windfeuer haupt, beschädigt. Wann Kreuzer zerstört. Boah, ich wollte nicht gerade zerfenzen. Dieser Kinder fährt so. Ich muss auch mal die kleine Level-Terry zu beleiten. Ach, sie weiß die! Ja! Mit dem Panzerfixer würde ich es nicht schießen. Aber endgeil. Rocky, du musst dich selber heilen, Junge. Ich lege dich jetzt bis jetzt raus. Dann kannst du dich hören, natürlich. Wollen wir vielleicht hier C wieder zurückholen und sowas? Naja, wir schießen doch schon den Landkreuzer zu Schrott. Bin auf welch? Oder D, nee, was ist hier oben? B, C, C. Ich bleibe erstmal C. C ist gut. Ja, ich weiß. Das ist gerade schwierig. Und hier oben, weil du gerade sagst, das ist hier, auch hier oben. Nee, das ist während B, B wird dabei genommen. Also ich würde lieber oben auf dem Kamm bleiben, oder? Ja, gehen wir, gehen wir zu B. Machen die Nacktsch. Bevor die hier das Kit kriegen. Wer hat das überhaupt? Also wir haben einen, der hat einen, aber die Frage ist, welches ist das? Das von D, Lordfuck. Ja, das könnte auch von D sein. Feindlicher Behemoth, Alter. Behemoth? Meri To ... unter? Warte? Ne, du gehst doch mal auf. Was ist er noch ... Der hat einen, sogar ich jetzt zu B. Der Wichser ... Der kämpft dort dahinter. Ja ich hab ihn ja markiert gehabt, ich hab drück... Just durchs Guggloch geguckt, hab ihn einfach mal in überall, in die Mengen gehackert. Oh, auf die ist dabei die secure ... Kann der Scheiß Sunny mich mal bitte wiederbeleben? Man, wie dumm kann man denn sein? Mein Gott, ey. Ich hatte ja keinen Sunny gesehen. Na doch, sonst wird's doch nicht angezeigt. Ganz im Ernst, diese Tür-Zu-Mechanik, die ist so nervig, weil jeder, dem ich, hat voll Spaß, sich unten reinstellen, die Tür zu machen und in der drinnen sich dann freuen. Ich bin in einem Bunker. Mitten in Berlin, ich habe blau säure Kapseln und genug Benzin. Gern. Ich habe über mir drei Meter Steilbeton. Oh nein, ich habe nicht genug... Irgendwann feindliche Flugzeuge? Ich habe nicht genug Dingens... Ja, zwei. Oh, das, das, das... Ding ist zu sehen. Muss ich denn hier bitte nachgeben, damit er stirbt? Jetzt. Alter, steig erst mal mit dem Heavy Tank. Steig mal von so einem kleinen Kackflieger. Steig mal von so einem Kackflieger, von so einem Bomber auf so ein kleines, wendiges, schnelles Ding um. Alter, ich bin grad fast gegen Felsen geflogen, weil ich niemals gedacht hätte, dass ich das so schnell drehe hätte. Alter, fuck. Alter, fuck. Alter, fuck. Alter, fuck. Ehe oder was? Ja. Ich gebe den BM auf gut mit meinen Raketen, alter. Bei Ehe musst du aufpassen wegen dem scheiß Luftschiff. Ich gebe dem Luftschiff schon ordentlich. Da oben stehen Menschen, ich knall die ab. Wir haben Einsatzziel damit verloren. Ich muss sagen, das ist bisher meine Lieblings-Map. Ja, meine auch. Habt ihr schon den Teaser für die neue Map angeguckt? Nee, noch nicht. Soll eine neue Map kommen? Ja, sprich. Für alle frei. Jupp. Das hab ich schon mal gehört. Der BM auf... Wir haben doch nie so schnell BM auf da unten gemacht, oder? Ich muss raus hier. Der Kunde steht gleich über mir und dann gibt es Re-Sterbe und eine Mine auf dem Kopf. Die Ehe vor allen Dingen. Lass ihr Kettikuri. Der Förder. Oh, ich hab ihn zerstört. Ich hab ihn zerstört. Oh, das wird einfach zerstört. Plus 1.969. Wie lange war das denn jetzt in der Luft? Eine Minute oder so? Alter, ich hab das plus 1.969 Punkte bekommen. Ja, das Ding bringt ja auch Punkte. Was denkst denn du? Alter, schon allein das Ding zu zerstört, bringt 1000. Jupp. Noch nie gewusst. Fahin, wo das überall liegt jetzt. Überall. Danke fürs Retten, würd ich immer sagen gerade. Sonst hab ich mich grad irgendeiner richtig gut gerettet. Jau. Ach, da unten stand noch einer, ey. Scheiß Wichser. Unten bei E, da kommt die schon raus, eine. Habt ihr. Boah, Kunde, komm schon. Mit euch. Ach, ein P-Rog ist hier. Glatz, deren. Alter, ich bin echt für das Pilot sein geboren. Boah, Tanks, Leute. Ah, ich hab keine Gerade mehr eingesteckt. Das ist aber schade. Das hat noch sich geschossen. Alter, da lag gleich das Luftgefecht gerade wahr. Was soll das gehen? Tja. Ich sehe es, aber ich weiß nicht ob ich es schaffe. Zu Looten. Ach man, ich bin doch hinter dem scheiß Felsen. Du Arschloch. Oh, er fick dich. Ich finde die Hitboxen im Spiel sind komplett lächerlich. Wenn du da eben vorbei rennst, kannst du da eben nicht vorbei rennen. Einfach nur weil der zu fett ist oder zu breit oder irgendwas. Ziemlich. Ja, schmeißt ruhig eure dämlichen Granaten. Das ist geil. Das ist das ich kenne, glaub ich. Der muss halt wohl ein Deck sein. Das ist ja ich verrückt. Auf der linken Seite habe ich was gesehen. Auf der Map. Da ist er. Ich kann halt nie reparieren und nicht, ne. Ich hab hier Lust damit. Ich bin Sunny. Puh. Ich helfe euch. da ist schrott gleich noch ein schluss jetzt ist er schrott wenn alles was rundherum ist auch schrott er hat überhaupt nicht geschossen ich hab den schweiziger drauf gehauen können doch kommen wir zurückgefahren dann drücken wir mit dem tunnel die vier im tunnel die vier vier zu spät schlaf ein ich hab ihn gesehen ich hab ihn gemessert jawohl dann reste mich jetzt ich lieg hier an dem türraum und noch ein leichter tank mach die nacht schon helfen ich helfe dir gleich pack mein anti-tanke lump aus sind die markiert scheiße ich sehe sie nicht sind die denn ich sehe sie nicht der leichte ist der leichte ist markiert da ist er schrott kommt dann bergrunter gerannt wo bin ich jetzt hier ok der heavy tank steht im übelst dummen winkel ich kann wir breiten alles ab können wir ganz zurückfahren die machen nicht oh alter hier steht das sogar noch fetter rum ich gebe dem fetten mal im stutzkampf jetzt ein paar raketen ich schieße direkt gerade auf den drauf der stirbt nicht oder was jetzt also tag lebst du noch ja ich reihe hier oh das war ein zugestellter schluss ja die waren auch von alten geschmissen ich sehe nichts mehr das war ein zugestellter schluss hab ich es geschafft rauszukommen ich bin draußen huuuuuh ob die hier drin hocken ist die frage die hocken jetzt unten bei c ne die kommen von hinten diese zu dumm wie kenn die das spieler von uns kommen alter ich bin auf c gespawnt was ist deswegen a wird vor allem eingenommen da sind ein paar lulatsch erzähl noch was geht denn auf c so ab alles da ist alles party der kleine tank der da unten fährt kriegt er erstmal lulatsch in sein gesicht lulatsch habe angst aber der obert der tank ist gerade einfach verschwunden der wurde so hart zerstört dass er einfach verschwunden ist ja ich habe auf das kaputte ding geschossen kurz nachdem es kaputt war das kaputte ding geschossen kurz nachdem also das war gerade eine große fähre zu denken dass da ein paar leute rausgerankommen da kam gerade alles raus da kam ein panzer na ziemlich viel kam da gerade ja ach mensch fuck ich habe mich getroffen guck mal hier oben oh kommt einer mit der schrotflinte alter oh hab ihn das schluckzeug weg wenn man gleich herum gefällt hauptsache mein kunde kann wieder einen kleinen stein hier hochlaufen das geht mir so oft die kälte wenn du wegen einem kleinen stein springen musst und dann auch noch die kletteranimation kommt also bei sowas zwar kriege ich krebs die krebs liegt einer mit der schock auf dem boden alter höhste neuer oh die kann ich gerade schweißen glaube ich oooohh hier rennt einer da ups die ist tot ah oder wo machen wir ihn hin es wird E oder nach vorn ah holen die schon gut ah das müssen alles klingeln nach der runde ne was musst du klingeln nach der runde wie ein tippetanischer malnese leute ich habe ein auto gefunden E wird das schon eingenommen ja soll ich einen bomber nehmen oder nicht kannst du also wenn ich sterbe komme ich zu dir dann zeige ich euch nochmal wie das geht mit den geschützten Bomber erstmal auf E ok auf A sind ziemlich viele leide B ist auch ganz schön was los oh mein gott das war richtig unfair da lagen wir uns noch auf dem Dach so drei Kunden warum davon was davon waren zwei leichen und ich habe auf die leichen geschossen weil die sahen alle irgendwie lebendig je jetzt muss ich schon herrscher gestehen pf Stall wie viele ich hier rüber ja das war letzte Spawner Das war's, oder? Kommt ein Tank! Kommt ein Oblet! Oh fuck, alter Tank ist doch schon da! Ja. Ich gebe dem Gräufer hinten richtig sterbe. Das steckt ja nicht. Ich würde mehr hergeben, wenn mein Kunde keinen Stein hier aufhören könnte. Wo steht denn hier eine Fl- Ah, dort hinten. Ach mann. Ich steig direkt vor dem. Wir haben Einsatzziel Bertha erobert. Vor dem Panzer, oder was? Ja. Havi! Ich steig vor dem Panzer-Drufeinstieg bei dir. Hier ist ein Panzer. Hier fährt noch irgendwas rum. Hier fährt noch irgendwas rum. Weiterwurf. Getroffen, Web disabled, easy. Scheiße, Sniper. Panzers 3, 3. Hier ist ein Panzer- Der ist gespawnt vom Gegner. Okay, Munition. Wir haben was gegen Tanks zu machen. Ja, ist nicht schön. Also hier liegt ordentlich was. Oh, hier liegt Munition. Geht, der fängt eine Gaskranade. Kappenpanzer. Wir haben Einsatzziel Emil erobert. Die Gaskranade kamen von oben irgendwo her. Hör bei D. Aber was meinst du irgendwas? Medic! Oh, Scharfschütze. Fuck you. Ewig fällt weg. Scheiße, Scheiße. Ja, ich geh mal auf der Mitte. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Mach das. Keine Alte-Packs. Keine Alte-Packs. Da unten. Oh. Es hat nicht umgebracht, Rogi. Ich will das Ziel Emil. Okay, das ist schön. Also, ne. Scheiße, Pump, Pump Gun. Pump, 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 Pump. Rer, reer, 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 reer. Komm, Popo, du kannst mich reißen, aber pass auf, da ist ein Name der Schoen. Der Warthag hat alle gewusst, er wusste ganz genau, dass er mich reißen konnte. Tor Magic. Diese Flaggeheben auf die Eier. Eine schöne Landschaft. Oh, musst du nachladen, Boy. Oh, hast du mich nicht gekriegt, Boy. Sieg, kommst du vom Pod? Gesiegt. Let's game, Alter. Alter, wie hart haben wir die jetzt abgezogen? Alter, fast 556 haben die nur. Also so viel hatte ich bis jetzt noch nicht als Unterschied. Weil wir so schön sind, so schlau sind, so schwul sind.